Hallo Leute, was geht ab? Kryptomarko hier mal wieder mit einem ganz tollen Video über das Thema Kryptowährungen. Die Währung, bei der dein loyaler Bankberater von nebenan dir von deinem Kauf abgeraten hat, weil er meinte, dass es mehr Sinn macht, in Aktienpakete zu investieren. Und in diesem Video reden wir über die Top 3 Coins für das nächste Jahr 2018, meiner Meinung nach. Und davor will ich dir aber unbedingt ans Herz legen, den Kanal von meinem guten Mentor und guten Freund natürlich auch Eli anzuschauen. Er macht auch in seinen Videos ein Litecoin-Giveaway, genauso wie ich. Also einfach nur die Litecoin-Adresse posten. Alle, die ihm auf Snapchat folgen, können ihm, können Litecoins gewinnen. Und ich mache ja auch Giveaways für alle, die bei ihm kommentieren. Also gibt es zweifach und dreifach was zu gewinnen. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Ansonsten danke, dass du auf meinem Kanal bist. Danke, dass die Abonnentenzahlen so schnell steigen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Was sind Top Coins für 2013? Ich werde jetzt mit einer zufälligen Reihenfolge anfangen. Also es soll jetzt nicht heißen, nur weil ich einen Coin später mache. Das ist ja für mich nicht so interessant. Das ist einfach nur eine zufällige Reihenfolge. Das ist alles nur meine subjektive Meinung. Ich bin kein Finanzberater. Deshalb immer nur das Geld investieren, was man bereit ist zu verlieren. Nicht alles auf eine Karte setzen. Aber ein Coin, den ich besonders interessant finde, ist Monero oder Monero. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich empfehle übrigens den Wikipedia-Artikel von Monero auf Deutsch sowie auf Englisch. Das ist ziemlich ausführlich. Und dann gibt es auch sehr viel, was man über Monero nachlesen kann und ein Gefühl dafür bekommen kann, wie das Ganze funktioniert. Und Monero hat sich auf die Fahne geschrieben, besonders anonym und nicht zurückverfolgbar zu sein. Was natürlich in Zeiten, wo jeder seine Informationen haben möchte und wo Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts ist, sehr wertvoll sein kann. Und im englischen Wikipedia-Artikel zu Monero wird auch die, wie Monero diese hohe Privatsphäre-Einstellung erzielt, wird eben auch erklärt. Und ich rezitiere das einfach mal frei übersetzt auf Deutsch. Und zwar funktioniert das Ganze über sogenannte Ringsignaturen. Ringsignaturen ermöglichen es dem Absender, sich unter anderen Transaktionsausgaben zu verbergen. Stealth-Adressen verbergen die Empfangsadresse der Transaktionen und Ring-CT verbirgt den Betrag der Transaktionen. Als Konsequenz weist Monero eine undurchsichtige Blockchain auf. Dies ist ein scharfer Contrast zu einer transparenten und nachvollziehbaren Blockchain, die von Bitcoin verwendet wird. So wird Monero als Privat-Private-Optional-Transparent bezeichnet. Also klar, bei der Blockchain von Bitcoin lässt sich natürlich jede Transaktion zurückverfolgen. Man kann sehen, wer Transaktionen getätigt hat. Die Adresse zeigt natürlich jetzt nicht an, also es zeigt sich zum Beispiel, Hans Müller hat 0,2 Bitcoin an XY geschickt. Allerdings kann man sehen, welche Adressen wie viel benutzen, also beziehungsweise welche Adressen wie viel verschickt haben und welche Adresse wie viel hat. Das ist öffentlich einsehbar, ganz normal, was kein großes Problem ist, wenn man nicht so große Beträge in Bitcoins bewegt. Aber wenn du dann irgendwann mal zu den etwas größeren Playern zählst und vielleicht auch irgendwann davon leben möchtest, dann willst du ja auch nicht unbedingt, dass jeder weiß, wie viel du hin und her schickst, wie viel du besitzt. Dann ist die Privatsphäre, ich merke es selber, für mich wird Privatsphäre immer wichtiger. Mittlerweile achte ich wirklich darauf bei Wallets, wie behandle ich das Thema Sicherheit. Weil auch wenn Kryptowerdungen technisch richtig cool sind, hört man ja immer wieder von Hacks und Sicherheitslücken. Das muss nicht sein. Und Monero, ich habe als Monero, glaube ich, hier irgendwo preismäßig war, habe ich ein Video gemacht, vielleicht auch irgendwo hier. Aber in dem letzten Monat ist ja Monero wirklich sehr stark nach oben gegangen. Ich mache da immer gerne Coin-Checkup auf, um zu sehen, was da genau passiert ist. Da hat man immer eine ganz gute Übersicht, finde ich. Und du kannst auch sehen, in den letzten sieben Tagen hat Monero 4% zugenommen, in den letzten 24 Stunden sogar 13% und insgesamt in den letzten drei Tagen 57% bei Monero, also ein Total ROI seit dem ICO von 12.000%. Und der ICO, der war ja, Sekunde, 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 der war 2014 im Mai und damals war der Monero noch, also seitdem wird der Monero eigentlich so bei einem Dollar ein bisschen weniger gehandelt, immer wieder nach oben gegangen. Aber jetzt ist Monero durchaus ernst zu nehmen. Und Monero kannst du dir auf folgenden Marktplätzen kaufen. Also du siehst Bitsum, die Koreaner stehen auf Monero, aber auch auf Bitfinex kann man das für US-Dollar kaufen, auf Hit BTC für Bitcoins, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, Binance, bei den bekannten Händlern, die es da draußen eben so gibt. Und Monero ist für mich der erste Pick. Ein weiterer Pick ist für mich Ethereum. Mal wieder Ethereum, gigantischen Anstieg hingelegt. Also wir sehen seit Anfang des Jahres, für viele Leute ist es ja bekannt, dass Ethereum die unangefochte Nummer 2 nach Bitcoin ist. Aber das war nicht immer so. Wenn du dir anschaust, Anfang des Jahres wurde Ethereum noch bei 10 Dollar gehandelt. Und jetzt, es ist wirklich unvorstellbar, was für eine riesen Wertentwicklung Ethereum in so einer kurzen Zeit gemacht hat. Wenn man mal wieder ins Coincheckup geht und sich anschaut, wie Ethereum dasteht. Hoppla. Dann siehst du, dass Ethereum in den letzten 24 Stunden 23% zugelegt hat. In den letzten 7 Tagen insgesamt 44%. Und was besonders interessant ist bei Ethereum, meiner Meinung nach, ist der Total Return of Investment 22.000%. Das ist also riesen Gewinne, die man da hätte machen können. Und wichtig ist vor allem, viele Blockchains bauen auf Ethereum auf, setzen auf die Smart Contracts, die Ethereum macht. Ein Kontra-Argument zu Ethereum, meiner Meinung nach, ist, dass es eine eigene Programmiersprache benutzt, die Solidity. Die meisten anderen Blockchains benutzen das C++ oder JavaScript. Der Vitalik Buterin, der gute Gründer von Ethereum, also einer der Gründer von Ethereum, hat ja Solidity für Ethereum entwickelt. Was natürlich eine Schranke ist, wenn man erstmal in Ethereum einsteigen möchte, dann musst du erstmal die eigene Programmiersprache lernen. Allerdings, bis jetzt scheint das Ethereum nicht gerade schlecht zu gehen, trotz dieser Schranke. Deshalb bin ich überzeugt, dass nächstes Jahr auch Ethereum ein hohes Wachstumspotenzial hat. Und vor allem, wenn man sieht, wie Vitalik Buterin wirklich, als wäre der Teflon Don, einfach nur jegliche Kritik an Ethereum an ihn abprallt. Und er trotzdem an diese Marke glaubt, also das sorgt bei mir auch dafür, dass ich sehe, okay, der Typ weiß, was er macht. Langfristig gesehen ist natürlich auch bei Ethereum das Problem, Transaktionsgebühren, Crazy Kittens haben dafür gesorgt, dass das Ethereum-Netzwerk komplett vollgestopft ist. Das ist natürlich nicht so toll, deshalb sollte sich Ethereum auch, also hoffe ich, dass Ethereum demnächst an der Skalierbarkeit und an der Geschwindigkeit arbeitet. Und aktuell kann ja Ethereum höchstens 20 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, aber langfristig sehe ich auch viel Potenzial in Ethereum. Dann die große Überraschung wahrscheinlich, wer hat das gedacht? Bitcoin ist auch einer meiner Picks und ich muss gleich sagen, dass ich wirklich erstaunt darüber bin, dass der Launch vom Bitcoin Future dafür gesorgt hat, so viel Volatilität aus dem Markt zu nehmen. Also davor ist ja Bitcoin immer wieder aufgegangen, abgestürzt, eingestürzt und jetzt, also es ist es nicht unbedingt, ich will jetzt nicht hundertprozentig behaupten, dass es jetzt ein Seitwärtstrend ist. Dafür sind es einfach nur ein paar Tage, die wir Informationen zur Verfügung haben seit dem Bitcoin Launch, aber bis jetzt sieht es so aus, als ob diese Futures eben die Volatilität ein bisschen zähmen, wie es so schön hieß. Also kurz mal, wer das nicht weiß, ich habe ja auch ein Video über den Bitcoin Future gemacht, kannst du hier gerne anschauen an dieser Stelle. Produkte, also zum Beispiel auch Rohstoffe, die in Futures gehandelt werden, die sind oft deutlich weniger volatil als Produkte, die nicht in Futures gehandelt werden. Wie das langfristig aussehen wird, bleibt noch abzuwarten, allerdings ist es aktuell wirklich erneuend, die Wartezeiten und die Transaktionsgebühren für Bitcoin. Trotzdem sehe ich, ich habe Bitcoin, wenn es um Kryptowährungen geht, als einen sicheren Hafen. Generell, wenn Kryptowährungen nach oben gehen, dann geht der Bitcoin auch nach oben, meiner Meinung nach. Aber das ist alles meine subjektive Meinung und ich hoffe, die haben meine Picks für 2018 gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Ansonsten, danke für den vielen Support und die vielen Kommentare, das freut mich natürlich. Du kannst auch gerne mal abonnieren, wenn dir meine Videos gefallen und dann auf die Glocke unter dem Video drücken, um benachrichtigt zu werden, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten kannst du auch gerne kommentieren und unter allen Leuten, die kommentieren, verlose ich immer ein bisschen Litecoin. Nicht vergessen, nicht alles auf ein Pferd setzen, ich bin kein Finanzberater, das ist nur meine subjektive Meinung über die ganzen Kryptowährungen, die es da draußen gibt, hier in meinen Videos. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche dir viel Erfolg, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!